dass er sich überfordert den heißt das heißt den Augenblick über die Blüte bleiben und ich habe mich auf dem Weg geboten von der Grafstein bei der Grafstein und dann da war die Gestalt die Strecke die Strecke das war ein Kopierter Gestalt die Strecke der Beobachter Mensch doch Nein ich war eine bei der Hintergrund von zwei Freunden alle bei der Beobachter in der Ruder auch kein Schwarz OECK St Dr 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 Ich hörte nur ein andermal. Ich hörte nur ein andermal. Du weißt ja, wenn du bei den Postnässen bei den Ampelsstuhlskäschelst und dann den Wald hochläufst, dann kommst du mit dem Bruder auf der rechten Seite irgendwann mal. Dann bin ich so ein bisschen auf dem Nachbarn, weil ich kenne so viel. Und mein Bruder reinsteckt. Und ich weiß nicht, ich bin natürlich noch in der Weinrichtung. Also über die Brücke immer geradeaus Richtung Weinenburg. Wenn es über die Brücke geht, kommt nichts von kleiner Wein. Na, was würde? Ne, wir sind mal Weinenburg. Ja, wir sind mal rein. In der Stadt, so ein Pferd, so ein Pferd, so ein Ritter, so ein Pferd, so ein Ritter, so ein ohne Kopf. Der Pferd, so ein Ritter ohne Kopf. Ja, aber der stand einfach da, keine Ahnung, wo der herkommt. Der stand auch einmal da. Ohne Kopf. Ohne Kopf, ich schwürst. Ich lüge dich gerade nicht richtig an, ich schwürst jemanden. Der stand mein ohne Kopf, auf dem Pferd. Ja, der war noch ein Ritter, so... Ich wurde sagt, keine Ahnung, ich sag 2 Uhr morgens, 2 Uhr morgens, wenn der Pferd, so ein Pferd, so ein Ritter ohne Kopf. mit dem Markt der Europäischen Vorhaben kam auf einmal so weit und immer so ein guter Bartholder Nürnberg verkauft Adi ihr habt ihr mal und und und